Wir sind gleich auf dem Weg ins Flugzeug und das Flugzeug fliegt auf San Francisco. Vor heute ist riesig! Was wir mit San Francisco machen werden, werde ich noch sagen. Und ich verspreche auch nicht den Weg, aber es ist jetzt einfach so. Freut euch! Das erste Morgen in San Francisco. Jetzt ist es 6 Uhr. Es fühlt sich auch, als hätten wir 12 Stunden geschlafen. Das ist geil. Was hast du gemacht? Ich habe gerade mein halbe Cappuccino über meinen Bart gelernt. Und, wie hast du dich gemacht? Es ist mit viel Liebe zubereitet worden und darum geben wir es 6 Uhr. Ich bin bitter am Schluss. Wir sind hier bei Soul Grind Coffee Roasters in San Francisco, wo es täglich frisch röstet. Wir wissen, wie es lebt. Das ist die Zukunft vom Kaffee. Der frische Kaffee. Und wir haben zwei Kaffees vor uns. Filter Kaffee Äthiopien. Richtig gut. Richtig fruchtig. Richtig, richtig gut. Also ich würde sagen 9 Uhr. Und der zweite Kaffee, den wir haben, ist ein Pacamara aus Mexiko. Richtig, richtig gut. Lichtes Dunkel. Lichtes Dunkelgröschen für einen Filter Kaffee. Ich habe recht viel von den Bruchtnoten verloren. Und immer noch ein guter Kaffee. Aber ein bisschen schade. Darum würde ich sagen 1.5 Uhr. Kannst du noch ein Review machen von heute? Ein Review? Guten Morgen. Hallo zusammen. Wir sind gerade aufgestanden. Es ist wirklich nice. Cooles Wetter. Wir haben es Sonntag. Dass wir eine gute Woche super effizient arbeiten können. Und connecten. Da brauchen wir noch ein bisschen Flow-State. Darum gehen wir auch gleich surfen heute. 5 Dollar für einen Espresso. Crazy. Wir haben einen Espresso. Es ist nicht super super speziell. Irgendwelche Bohnen. Keine Ahnung was. Aber es ist schön hier. 1 bis 10. 1 bis 4. 1 bis 15, 1 bis 15�! Ncu 5. Vielen Dank.